Jo Saturnalia! Heute ist Freitag, der 21.12.2018. Wintersonnwende, das vermutlich wichtigste Fest der jedenfalls europäisch-heidnischen Religionen. Die längste Nacht, der kürzeste Tag und in alter Tradition, der Zeitpunkt der Wiedergeburt des Lichtes. Die Christen haben ja diesen Feiertag übernommen, übrigens auch eine ganze Reihe von römischen Bräuchen, die schon in Geschenkgeschenken zum Beispiel und Bunchmücken war schon im Altrömischen verbreitet. Aber das soll heute hier nicht das Thema sein. Ich möchte heute über ein Thema berichten, das vielleicht die ein oder anderen von euch schon gehört haben. Es geht ja durch die Alternativpresse natürlich sowieso, ganz klar, aber auch durch die Normalopresse geht es, muss man sagen, denn das Thema ist ja groß genug. Der Skandal um den Spiegel-Journalisten Klaas Relotius oder Relotius, bin mir nicht sicher. Klaas Relotius war ein Spiegel-Autor bzw. ein Spiegel-Journalist und es ist nun herausgekommen, dass eine ganz erhebliche Anzahl von Artikel entweder Logen ist, komplett, oder viel Details enthält, die Lügen waren. Das ist natürlich ein großer Skandal. Es ist aber eigentlich auch nicht wirklich überraschend. Also ich glaube für keinen von uns hier im Kanal und in den Alternativ, wie sind die Alternativen. Das ist sowieso nochmal so ein Ding. Wir sind plötzlich die, wie eigentlich die Normalos sind, müssen das plötzlich als die Alternativen sehen. Aber gut, das wäre nochmal ein Thema extra. Also ich bleibe mal bei dem Begriff, weil recht sind wir alle nicht. Also es gibt ja auch noch andere, die gegen den linken Mainstream sind. Jedenfalls wir, sozusagen wir Alternativmenschen, haben das ja eigentlich nicht. Hat das wahrscheinlich keinen von uns wirklich überrascht. Und ich meine, es hat, glaube ich, ehe ich jetzt auf die Details komme und einige Artikelausgaben, in denen Beispiele gebracht werden. Es ist natürlich in den üblichen Bereichen viele Geschichten, die um Migration sich drehen, die Vorurteile gegen Trump-Wähler bringen sollen. Also es wird das übliche linksgrüne Klientel mit diesen Lügengeschichten bedient. Das ist zum Beispiel auch schon mal etwas, was man, sagen wir mal, in den meisten Lügen, die man sieht, dort erkennen kann. Also wenn der zum Beispiel eine Überlebende der, was ist das, Weißen Rose oder was interviewt haben soll und andere Dinge in diesem Bereich, dann ist schon ganz klar, dass hier das linksgrüne Milieu in seinen Vorstellungen bestätigt wird. Das überrascht eigentlich nicht wirklich. Wir haben im Einzelnen, jetzt nicht, dass man einem Journalisten so viel Lügen nachweisen konnte, aber wir haben in den letzten Jahren ja genug Geschichten gelesen in den Nachrichten über Trump, über die AfD, über uns hier auf YouTube und den anderen Bereichen, die nicht dem linksgrünen Mainstream entsprechen, die Aneinanderreihung von Lügen sind. Also insofern, ich finde das lustig, dass jetzt einerseits so ein bisschen natürlich das Skandal entsetzen da ist, aber ich bemerke auch, jedenfalls bilde ich mir das ein, auf Seiten der Mitte-Rechts-Menschen eigentlich wenig Überraschung zu bemerken. Ich meine, es gibt natürlich die deutschen Kanäle. Ich glaube, Martin Sellner hat ein Video darüber gemacht. Ich weiß nicht, ob Hagen Grell auch schon als drüber gemacht hat. Ich nehme mal an, wenn noch nicht, wird das wahrscheinlich machen oder vielleicht hat das schon gemacht. Ich glaube, auch Wehzold möchte für seine Wiki-Welt auch ein Video drüber machen, meine ihn so verstanden zu haben im Gespräch vor kurzem. Also es ist klar, dass das aufgearbeitet wird, dass das beleuchtet wird, dass das aufgegriffen wird. Ich sitze natürlich so ein bisschen da. Ich hatte mich fast ein bisschen geweigert zu dem Thema ein Video zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht ist es Altersmüdigkeit oder überhaupt Kampfesmüdigkeit, will ich nicht sagen, aber doch vielleicht auch das. Ich muss ja ehrlich mit mir hier sein. Bin ja hier nur mit mir selbst. Nein, also es ist ein bisschen wie mit den Messerattacken nach der Hundertsten oder weiß ich wie viel sitzt man so ein bisschen. Mein gut, nun ist es, dass ein Journalist so viele Lügen auf einmal nachgewiesen werden. Ich glaube, das ist schon, ja zumindest in der Enthüllung neu, dass es vermutlich noch mehr so geben wird. Gut, liegt auf der Hand, wobei vieles natürlich dann auch im Bereich der, ja sagen wir mal, der Deutung ist. Also wenn zum Beispiel immer wieder über so YouTuber berichtet wird, in der englischsprachigen Welt, da sind viele klassische Liberale und Zentristen und die warten alle als als rechtsradikal und stockkonservativ in der amerikanischen und englischen Presse dargestellt, wo einfach objektiv unwahr ist. Aber das ist noch so eine Lüge, wo man sagen kann, gut, das ist Lüge der Perspektive. Denn was rechts und links ist, ist zu einem gewissen Grad die Frage. Wenn man Kommunist ist, ist alles andere. Was nicht Kommunist ist, ist extrem rechts so. Also und ich, nur so als Klammer, ich persönlich nehme mittlerweile tatsächlich an, es gibt eine ganze Menge von Leuten im journalistischen Bereich und im sogenannten kulturschaffenden Bereich, die tatsächlich Kommunisten sind. Es mögen dann Champagner- und Kaviar-Kommunisten sein, die sagen Kommunismus für andere, nicht für sie. Aber trotzdem, diese Vorstellung spukt mit Sicherheit in mehr Köpfen herum, als die meisten wahrhaben wollen. Denn für viele, wenn man normallos anspricht, auf Kommunisten in Medien und in der Kulturbranche, werden die meisten wahrscheinlich erstmal lachen oder einen angucken, als hätte man einen Schlag oder wäre man nicht ganz richtig im Kopf. Und das ist aber eine, glaube ich, ganz ernste Sache, dass das kommunistische Gedankengut tatsächlich in Medien und Kulturschaffenden mehr verbreitet ist, als uns klar ist. Hier ist es, glaube ich, was bewegt einen solchen Mann, so krass Geschichten zu erfinden. Also wirklich Leute, die er getroffen haben will, Dinge, die Leute gesagt haben sollen und die sich als unwahr erweisen. Das ist mir menschlich sehr schwer nachzuvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kann persönlich verstehen und sogar moralisch rechtfertigen, dass man sagen, sagen wir mal, lügt zum Beispiel, um sich zu schützen. So. Also wenn man fürchten muss, sich vor irgendetwas einem Übel, das einem angetan wird, so. Dann ist man, glaube ich, berechtigt, um seine Person zu schützen, ist moralisch berechtigt zu lügen. Also ich bin jetzt kein Wahrheitsfanatiker. So. Ich bin auch der Meinung, dass man auch Meinung haben kann, selbst wenn sie sehr abseitig ist. Aber Dinge zu schildern, die sich nicht so ereignet haben als Journalist, ist schon eine sehr schwerwiegende Geschichte. Und ich glaube aber, es ist auch wirklich nur die Spitze des Eisbarges, die wir hier sehen. Wer sich noch erinnert an Udo Ulfkotte, der ja unglücklicherweise schon früh von uns gegangen ist, vor, wann war es, zwei Jahren ist er gestorben oder wann es war, der ja ein Enthüllungsjournalist war und mit hohen Kontakten und auch der immer wieder Bücher geschrieben hat, auf wirklich hohem Niveau über wichtige Dinge aufgeklärt. Ich selbst besitze einige von ihm. Und der hat ja mal geschildert, wie Journalismus zum Beispiel im, ich glaube, Irak-Krieg Dinge fabriziert. Natürlich war da Krieg, aber die Journalisten wurden, da wurde irgendwas dann angezündet. Der hat das in mehreren Videos erzählt, als Beispiel, wo er noch normaler Journalist bei der normalen Presse gewesen ist. Und die wurden dann nicht in ein Kriegsgebiet gefahren, sondern man zündete halt irgendwas an und stellte sich davor, als ob man im Kriegsgebiet ist. Das ist natürlich, dann so ein bisschen Grenzbereich, aber man merkt, dass die, es gibt im Englischen diesen Ausdruck, a slippery slope, also ein, wie soll man sagen, glitschiges Abgleiten, könnte man sagen. Ein Abgleiten. Und das ist, glaube ich, in den Medien in den letzten, ich sage mal, 20 Jahren passiert. Ich denke, der große Schnitt für die Welt und die westliche Welt insbesondere war vermutlich, wenn ich mal so weit zurückgehen darf, tatsächlich der 11. September 2001. Also die Anschläge am World Trade Center. Ab da fing die politische Welt an, in links und rechts zu zerfallen. Also rechneten sich die Menschen dem einen oder dem anderen Lager zu. Die einen, die von links anfingen zu sagen, die böse westliche Welt hat sich dasselbe eingebrockt. Die bösen weißen Amerikaner oder westliche Westler haben das verdient, dass man ihnen die Häuser zerbombt, weil die armen Muslime. Und die anderen haben sich sozusagen erst nach und nach im Gegenlager und gesagt, nee, Moment mal, wir verteidigen hier einfach eigentlich die westliche Kultur, die trotz ihrer Schwächen und Fehler die beste ist, die wir in der Welt haben. Oder jedenfalls die, die wir hier in unseren Ländern behalten möchten. Ich persönlich sage ganz klar, ich halte die westliche Kultur, die abendländisch-europäisch-westliche für die überlegenste Kultur, die es je gab. So, gegenüber der arabisch-afrikanisch-asiatischen, was ich mal Südamerika als eine Extrakultur zählen will, so ein bisschen Grenzbereich. Es sehe ich so. Es ist ganz klar, auch gegenüber, sagen wir mal, auch Osteuropa ist ja ein bisschen anders. Etwas anders wie die, sagen wir mal, eher westlich-orientierte Kultur. Deutschland lag ja da meistens so ein bisschen dazwischen. In den letzten 80 Jahren sind wir ja auch zur westlichen dazugekommen. Also ist dieser Mittelplatz weggefallen von Deutschland. Und nach dem 11. September 2001, den Anschlägen vom World Trade Center, ist alles ins Rutschen gekommen. Also gerade auf der linken Seite. Ursprünglich waren die Linksliberalen, ja in den USA nannte man die Linken und man nennt sie teilweise heute noch Liberals. Und auch in deutschem Sprachgebrauch ist diese Vorstellung durchaus verbreitet, zu sagen, Linke und Liberale sei so ein Lager. Und das ist natürlich totaler Unfug, denn die Linken sind alles andere als liberal. Denen geht es nicht um Liberalität, sondern um, das sind zutiefst autoritäre Personen mit zutiefst autoritären Politikvorstellungen. Ich sage nur Veggie Days oder diese ganzen Glühbernen-Forschung, das sind jetzt Petitessen an sich, aber es verrät ja die Geisteshaltung. Ein dummes Volk, das man in allem Schuh regeln und Maß regeln muss. Das ist das Grundprinzip, das auf der linken Seite existiert. Liberal sind die überhaupt nicht. Kein Stück. Und da ist etwas ins Rutschen gekommen, die viele, die früher liberal waren, also Medien und im Medien- und Kulturbereich, sind aus der liberalen Schiene richtig in die linksextreme Schiene hineingerutscht. Rutschen klingt jetzt so nach unwillig, als ob einem etwas widerfährt. Und ob das, ich glaube, es ist Ihnen zu einem nicht ungewissen Teil tatsächlich widerfahren. Also es gibt eine Dynamik, wenn man in der Arbeitswelt ist oder gerade wenn man im Medienbereich, im Politikbereich ist und im Kulturbereich. Diese drei Bereiche sind ja erleben sehr stark von Kommunikation. Man ist vernetzt. Das ist ein wichtiges, anders als wenn man zum Beispiel, weiß ich nicht, in einem Büro arbeitet oder in einer Fabrik. Weiß ich nicht, bei Siemens meine Teilen, in irgendeiner Büroabteilung bei Siemens. Klar, da hat man das Netzwerk seiner Kollegen, aber man arbeitet im Prinzip im Wesentlichen für sich. Man hat vielleicht drei, vier Leute um einen herum, die einem zuarbeiten oder denen man zuarbeitet. Aber eben Kunst, Medien und Politik ist das Netzwerk wesentlich entscheidender als in allen anderen Berufsbereichen. Also in der Politik muss man vernetzt sein, in der Medienwelt muss man Kontakte haben, im Journalismus, sonst bringt man es zu nichts. Und die Kulturschaffenden im weitesten Sinne, das bringt der Beruf auch so mit. Man kommt also rum, man kennt also sehr viele Leute. Man hängt sehr viel mehr vernetzt zusammen und dadurch bildet sich eine Art Eigendynamik. Man ist, das ist ja das berühmte Ergebnis der Echo-Kammer, der Echo-Chamber. Aus dem Englischen hat man das auch übernommen, diesen Begriff. Leute, die sozusagen in einem Raum sitzen und immer nur Leute treffen, die die gleiche Meinung haben wie man selbst. Das ist, Echo ist ja etwas, was sich verstärkt und so verstärkt sich die Sicht immer weiter. Das ist, was in diesen drei Bereichen passiert ist. Die Linken sind in die Liberalen oder was so früher linksliberal gewesen ist, ist immer weiter in die links autoritäre Schiene abgerutscht, abgeglitten. In dieser Vorstellung, es gibt überall rechtsextreme Reaktionäre, böse Konservative, Nazis, was weiß ich, die sah man oder sieht man überall am Werk. Und sie sind nun das Produkt ihrer eigenen Angst geworden. Sie sind nun, ja Opfer ist in diesem Fall ein schlechter Begriff. Der Spiegel hat sich nun auch versucht, als Opfer selber darzustellen. Also sogar diesen Journalist als Opfer darzustellen. Jetzt muss ich gerade mal sehen, wo das, äh, hier, auf, in der Bild-Zeitung, ich bin sonst kein Bildleser, aber manche mal sind auch Artikel aus der Bild nicht schlecht. Hier ist, gibt es einen Artikel, warum stellt Spiegel seinen Reporter als psychisch krank dar? Hier heißt es, von Artikel von gestern Abend, der Spiegel hatte am Mittwoch einen Betrugsfall im eigenen Haus offengelegt. Der mehrfach ausgezeichnete Reporter Klaas Relotius habe im großen Umfang eigene Geschichten manipuliert, berichtete das Nachrichtenmagazin. Im Bericht dazu beschreibt der Spiegel seinen Reporter Klaas Relotius, 33, als psychisch krank. Das wird ja bei den Attentätern, bei den muslimischen auch oft gesagt. Die sind geistesgestört. Komischerweise hört man das bei rechtsextremen Tätern nie. Da sagt man nicht, ach Gott, der arme Nazi, der war halt, der ist nicht geistig ganz normal. Das gilt komischerweise immer nur für muslimische Attentäter und jetzt neuerdings auch für journalistische Dauerlügner. Der designierte Chefredakteur Ulrich Fichtener, der als Leiter des Ressorts Gesellschaft Relotius 2014 zum Spiegel holte und dessen Texte verantwortete. Formuliert es so. Relotius habe sich vor sich selbst geekelt, wenn er fälschte. Ja, das ist natürlich, wir haben Mitleid mit dem Täter. Arno Grün, fehlgeleitete Projektion von Mitleid. Das ist ein Klassiker der Psychologie, unbedingt lesen. Kann ich jetzt nicht ausführen. Ich gebe es nur als geistigen Hinweis. Ich gehe nochmal drauf ein, wenn ich es nicht vergesse. Hier heißt es weiter, mit ihm stimme etwas nicht und man zitiert ihn mit den Worten, ich bin krank, ich muss mir jetzt helfen lassen. Warum tut der Spiegel das? Hat der Reporter das seinem Arbeitgeber überhaupt gestattet? Der Spiegel auf Bildanfrage, Herr Relotius hat um das Treffen am Donnerstag vergangener Woche selbst gebeten und über seinen Fall auch über seinen Gesundheitszustand berichtet. Ihm wurde deutlich gemacht, dass Spiegel alle Informationen über seinen Fall und dessen vielfältige Aspekte veröffentlicht war. Der Herr Relotius hatte dagegen keine Einwände erhoben. Also, er ist einfach krank und braucht unser Mitleid. Doch, ich gehe jetzt auf diese Arno Grün Sache ein. Arno Grün, ich glaube, der ist tot, ich weiß nicht, ob der noch lebt. Arno Grün hat mehrere Bücher geschrieben. Der eine ist der Wahnsinn der Normalität und den anderen, den ich gelesen habe, fällt mir gerade nicht ein. Der hat eine Theorie über Aggressivität, über destruktives Verhalten gebracht, die sehr interessant ist und jetzt zu kompliziert sie wiederzugeben. Der Kern der These ist oder ein wesentlicher Bereich ist, dass Leute sich von ihrer echten Empathie abschneiden. Sie haben also der Verlust des Mitgefühls. Genau, so war der andere Titel. Leute verlieren ihr echtes, authentisches Mitgefühl und um das zu kaschieren, bauen sie ein falsches Mitgefühl auf. Also eines, das rein konstruiert ist, aber nicht wirklich von Herzen kommt. Das umso mehr demonstriert werden muss, wie eine Monstranz vor sich hergetragen wird, je unechter es ist. Man kann also davon ausgehen, diese ganzen Leute, die mit Tränen überströmten Gesichtern auf die Demos gehen und Verflüchtlinge, Teddys in die Luft geworfen haben oder denen zugeworfen. Nichts von dem ist echt. Das ist alles fake. Das ist alles, gut, alles falsch. Gut, ich will es nicht jedem Einzelnen sagen, aber das ist im Groh gesehen ein Anzeichen einer Art Projizierten. Und das Wesentliche ist, dass der Arno Grün hat zahlreiche Fälle gebracht, in denen er gezeigt hat, was dann passiert. Ich entsinne an einen Fall, den ich besonders spektakulär fand, den er beschrieben hat. Da war eine übergewichtige Mutter, die hatte ein schreiendes Kleinkind, also ein Säugling. Und die hat sich, weil sie das Schreien so genervt hat, auf den Säugling gesetzt, bis dieser erstickt ist. Die Mutter kam dann als wegen Totschlags oder Mordversuch, also was es war, was am Schluss, wie sie verurteilt wurde, weiß ich nicht mehr. Sie kamen natürlich vor Gericht. Und was den Arno Grün als Psychologen so erschütterte, ist, dass die ganzen Reporter und Beobachter dieses Prozesses ständig Mitgefühl mit der Mutter hatten. Die arme Mutter musste das Geschrei ihres Kindes ertragen. Das passiert nach Arno Grün, wenn die Leute ihr authentisches Mitgefühl, wenn das verschüttet ist. Dann projiziert man es stattdessen auf den Täter. Denn zu ersticken in dem sich jemand auf dich setzt, ist mit Sicherheit etwas extrem Grausames. Dagegen ist Geschrei eines Kindes zu hören, ich weiß, das kann sehr anstrengen. Aber das ist ja in keinem Verhältnis. Wenn eine Person ermordet ist, gar das wehrlose kleine Kind, dann ist ja Mitleid jedenfalls vor allem auch in diesem Augenblick mit dem Täter völlig deplatziert. Und das ist etwas, was wir zum Beispiel auch bei immer wieder mit Muslimen die Attentate begehen. Immer wieder zu sehen ist, ja der war so krank, der hat ein schweres Leben, was man alles immer wieder hört. Und jetzt haben wir gut, ich weiß, Lügen in einem Artikel ist nicht das gleiche wie Leute umbringen. Aber der Mechanismus der Beobachter ist in diesem Fall erstaunlich derselbe. Nämlich wir haben plötzlich Mitleid mit dem Täter. Denn es gibt in diesem Fall ja auch Opfer. Nämlich uns alle. Also wir hier im Kanal, die wahrscheinlich wird es nicht mehr allzu viele Leute geben, die Spiegel lesen oder die Spiegel als vertrauenswürdiges Medium betrachten. Ich habe mir manchmal, wenn ich zum Beispiel in Arztpraxen war, den Spaß gemacht, den Spiegel zur Hand zu nehmen. Und mich hat, mich hat auch schon vorher geekelt, ob dieses Hetzblattes. Man kann es nicht anders sagen. Also die großen Zeitungen, also Spiegel, Sternzeit, Süddeutsche. Jetzt habe ich bestimmt welche vergessen, aber das sind glaube ich die, die mir am meisten immer auffallen, sind so tendenziöse Hetzblätter geworden. Und dass gerade Spiegel und Stern, die eigentlich mal, sagen wir mal, Aufklärungsmagazine gewesen sind, so gefallen sind. Man kann es nicht anders sagen. Es ist wie der große Sündenfall. Das war mir schon vorher klar. Und ich glaube, den meisten, die das Missvergnügen hatten, gelegentlich in diese Zeitschriften und Zeitungen zu sehen, dem dürfte es nicht anders gegangen sein. Aber das ist natürlich die typische, das ist das, was, wie gesagt, nach Arno Grün passiert. Wenn das echte Mitgefühl erstickt ist, ist das Anzeichen der Beweis dafür, dass man a mit Mitgefühl großspurig laut halt demonstriert, was man eigentlich normalerweise nicht macht. Ein Mensch von authentischem Mitgefühl, der trägt nicht wie ein Plakat sein Mitgefühl vor sich her. Das ist nicht authentisch, das ist Narzissmus. Also man liebt dann eigentlich nur sich selbst, sein eigenes gutes Bild, das man abgibt. Deswegen heißt es im Englischen ja auch Virtual Signaling. Also man signalisiert Tugend, man hat keine. Man sorgt nicht dafür, dass etwas gut wird. Man interessiert sich nur dafür, dass man sich selbst gut fühlt. Diesen ganzen Leuten, die den Flüchtlingsströmen applaudieren, denen geht es nicht darum, dass es Flüchtlingen gut geht, sondern denen geht es darum, dass sie sich gut fühlen. Das interessiert es überhaupt nicht, dass irgendein Problem gelöst wird. Das interessiert diese Leute nicht im Allergeringsten. Und weil sie nicht, sie haben auch kein Mitgefühl zum Beispiel mit den eigenen Landsleuten. Das ist ja erstaunlich festzustellen. Diese Leute, die immer demonstrieren, so voller Liebe und Mitgefühl, gerade die Grüne Partei hat in letzten Monaten immer wieder auf ihren Versammlungen groß, wir sind die Partei der Liebe. Komischerweise gilt diese Liebe vor den eigenen Landsleuten, für uns Deutsche gar nicht. Oder wenn deutsche oder westliche oder weiße Frauen abgestochen werden gegenüber den Opfern, haben diese Leute kein bisschen Mitgefühl. Kein Stück. Und umso weniger, wie sie es tatsächlich haben, ist es der Beweis, dass sie es so laut demonstrieren und wie eine Monstranz, wie ein Schild vor sich her tragen und dann auch in der Regel auf die Falschen projizieren, nämlich auf die Täter. Das ist das, was hier passiert. Der Täter wird zum Opfer. Und der Täter, wie gesagt, der hat Schaden angerichtet, denn dadurch, dass er Lügen in die Welt streut, verbreitet er eine Vorstellung über Menschen, über Zusammenhänge, die der Unwahrheit entspricht. Er hetzt also im Prinzip Leute mit Unwahrheiten auf. In der Regel gegen uns, die wir klassisch-liberale Zentristen, Rechte, Konservative sind, also die wir nicht dem linksgrünen Mainstream zugehören. Wir sind die Opfer durch dieser Lügen. Wir. Das muss man so ganz klar sagen. Ich will jetzt hier nicht das Opfer raushängen lassen. Ich möchte es nur festgehalten haben. Es gibt hier eine Tat, eine kriminelle Tat und es gibt Opfer dabei. Mag man jetzt nicht so hochhängen, weil man ist, ich bin keiner, der jetzt mit dem Opfersein hausieren geht. Ich finde das nicht, ich finde das würdelos. Gerade im Fall belogen zu werden, bin ja nun nicht geschlagen oder ausgeraubt worden. Aber es gibt Opfer. Uns. Per se. Uns alle, die wir in der Öffentlichkeit sind, weil so ein Magazin wie das Spiegel hat ja erheblichen Einfluss. Der wird in der Politik gelesen, von Politikern gelesen, von Meinungsmachern gelesen und die richten sich danach aus. Und das Fatale ist, an Lügen, die einmal festsitzen im Kopf, sind durch Richtigstellungen im Nachhinein nicht wirklich wieder aus dem Kopf zu kriegen. Die meisten linksgrünen Leute werden jetzt wahrscheinlich dann dafür überlesen und sagen, ach ja, so ein Ärger, der hat ja gelogen. Aber dennoch ist es ja so. Julius Cäsar sagte, Menschen glauben das, was sie glauben möchten. Ich glaube nicht, dass irgendeine Art von Aufklärung jetzt im Nachhinein den Schaden tatsächlich beheben kann. Das heißt, der Schaden, der da ist, bleibt. Das ist wie mit dem Entschuldigen. Es gibt so ein schönes Mem, wenn man eine Tasse runterwirft oder einen Teller und der zerbricht. Und dann sagt zu dem Teller und zu der Tasse, entschuldige. Ist die Tasse dann wieder repariert? Wenn man Menschen Schaden zufügt, Seelenschaden, denn Lügen ist eine Beschädigung der Seele. Es erschüttert das Grundvertrauen. Und Grundvertrauen ist eine, der ist, ich möchte sagen, Vertrauen ist überhaupt, ich berufe mich hier auch auf Luhmann, Vertrauen ist überhaupt die Bedingung für gesellschaftliches Zusammenleben. Wenn das erschüttert wird, begeht man einen Schaden an der Gesellschaft. Denn mit jeder Lüge, derer man Opfer wird, werden die Menschen misstrauischer, wird das Vertrauen immer mehr zerstört, bis es nicht mehr da ist. Und wenn das Vertrauen nicht mehr da ist, in einer Gesellschaft, befindet sich eine Gesellschaft im Krieg. Buchstäblich, nicht im übertragenen Sinne, buchstäblich. Die Alternative zu einer Gesellschaft, in der das Vertrauen verschwunden ist, ist buchstäblich der Krieg der Leute, der aller gegen alle. Denn so viel Regierungsgewalt, die Gesetze erzwingt, gibt es auf der ganzen Welt nicht, dass eine Gesellschaft ohne Vertrauen bestehen kann. Selbst wenn wir ein kommunistisches Regime wie China nehmen oder weiß ich nicht, einen von mir aus dem Nationalsozialismus oder Stalinismus, wo also große Regierungsgewalt mit Gewalt da ist, selbst die können nicht allgegenwärtig sein. Selbst solche Staatsformen können nicht jede Sekunde bei jedem Bürger ein Auge drauf haben. Also die müssten so viele Polizisten einstellen, wie sie Bürger hätten. Das geht gar nicht. Und weil das so ist, ist Vertrauen notwendig. Und deswegen ist Lügen verbreiten so eine schwere Sünde, so ein großes Übel. Es gibt einen Film, der ist schon lange ein ziemlich alter Film, Excalibur. Ich müsste mich irren, aber ich könnte aus den 80ern gewesen sein. Da geht es um, es ist eine der vielen Varianten um König Arthus, die Ritter der Tafelrunde, Merlin und so weiter. Und da sitzen in einem Szene die Ritter zusammen, König Arthus, seine Frau Genevra und Lancelot. Von denen der geneigte Kenner ja weiß schon, dass Lancelot und Genevra Arthur betrügen mit einer Affäre, was so ein bisschen die Szene brisant macht. Und Arthus fragt Merlin, Merlin sagt, was ist die größte Tugend des Rittertums oder überhaupt? Und er sagt, ja, sie gehen alle ineinander über, bauen einander auf. Und er sagt, nein, eine klare Antwort. Und er sagt, gut, ich gebe dir eine klare Antwort. Wahrhaftigkeit. Immer wenn ein Mensch lügt, tötet er einen Teil der Welt. Immer wenn ein Mensch lügt, tötet er einen Teil der Welt. Ohne die Wahrheit geht es nicht. Wenn wir nicht darauf vertrauen können, dass die informationstragenden Schichten, ich nenne sie mal so, also Medien und Politik, wenn wir nicht mehr darauf vertrauen können, dass diese wichtigen Schichten der Politiker und der Journalisten die Wahrheit sagen, dann schlittern wir auf den gesellschaftlichen Abgrund zu. Das ist keine Petitesse. Als seinerzeit mit den Hitler-Tagebüchern, das war ein schwerer Skandal, der damals die Republik schwer erschütterte. Viele Leute sind ja heute sehr abgefeimt, weil sie sagen, naja, Gott, Caligula, die Medien lügen doch sowieso. Ja, aber dass wir in diese Schiene fahren, ist ja nicht gesund. Es ist nicht gut von niemandem. Und das ist fatal. Und deswegen ist es so schlecht, auch jetzt den Mann, dieser Mann wird als Opfer dargestellt, weil er ist ja krank. Klar, Lügen kann eine Krankheit sein, aber dieser Mann hat ja erfordert, dass also das geschrieben, was gehört werden möchte, was die Leute im linksgrünen Lager gern hören möchten. Er hat also bedient, was das vermeintlich linksgrüne Publikum hören möchte, die Schwindelgeschichten. Es besteht also eine Art Selbstläufer dabei. Mal sehen, ob ich hier ein... Ja, hier genau, die Überlebende der Weißen Rose wurde von Relotius interviewt. Und da sind sehr viele Lügen dabei gewesen. War nicht auch ein Artikel, in dem Grundsätzliches... Hier ist nochmal ein Bildartikel. Immer mehr Fälschungen nachgewiesen. Keine Tonbänder, wenig Fotos. So seine Reportagen musste Klaas Relotius beim Spiegel kaum Belege abliefern. Dabei sind manche Fälschungen leicht überprüft und widerlegbar. Zwei Bewohner der US-Kleinstadt Fergus Falls im Bundesstaat Minnesota zeigen, dass sie entlarven etliche Lügen, die sich in einer zehnseitigen Reportage über, Anführungsstriche, typische Trump-Wähler in dem Ort finden. Über den tatsächlichen Fall in Fergus Falls leben Andrew Bramset. 27 schreibt Relotius, er war noch nie mit einer Frau zusammen, er war auch noch nie am Meer. Tatsächlich hätte der Spiegel diese Erfindung leicht enttarnen können. Auf dem Facebook-Account von Bramset finden sich Fotos von ihm mit seiner Frau am Meer. Relotius erzählt aus Fergus Falls auch von einem Kino, in dem sich kaum jemand von dem anspruchsvollen Tanzfilm La La Land interessiere, während der Kriegsfilm American Sniper ausverkauft sei. Tatsächlich lief dieser Film im genannten Zeitraum überhaupt nicht. Relotius schrieb auch über Neil Becker, einen Mann, der Handelnstämme, breite Schultern und immer schwarze Hände habe. Doch in der Stadt wohnt kein solcher Neil Becker. Auch in anderen Reportagen konnten Relotius Betrug nachgewiesen werden. In Jägers Grenze erzählt der Autor über eine US-Bürgerwehr an der Grenze zu Mexiko. Im Mittelpunkt der Story ein angeblicher Veteran mit Kampfstiefeln und Helm, der Stärke und Stolz auf seine Handrücken tätowiert habe. Kampfname Jäger. Doch der auf Fotos gezeigte Mann ist ein anderer. Er wird nicht Jäger genannt, trägt keine Tattoos auf dem Handrücken und hat nach eigenen Angaben Relotius nie getroffen. Ein weiteres Foto dieser Story zeigt, anders als es scheint, nicht etwa einen der Mängder, mit denen Relotius gesprochen hat, sondern die Hauptfigur einer Oscar-nominierten Dokumentation. Das Foto ist zwei Jahre alt. Ähnlich in der Reportage Die letzte Zeugin. Darin geht es um die Amerikanerin Gail Gladys, die durchs Land reiste, um Hinrichtung zu schauen. Doch die angebliche Busfahrt von Relotius mit ihr fand nie statt. Auch das Foto, auf dem angeblich Gladys zu sehen ist, zeigt wohl eine andere Frau. Fakt ist, bei den erfundenen Reportagen des Spiegel-Reporters Klaas Relotius wurde mit schönen Episoden harte politische Botschaften an den Leser gebracht. In der Geschichte über eine Trump-wählende US-Kleinstadt findet er am Orteingang ein Schild mit der Aufschrift Mexikaner-Haut ab, dichtet den Bewohnern Hinterwäldler-Klischees an. Botschaft Trump-Wähler sind bornierte Rassisten. Im Report über zwei syrische Kriegskinder träumen diese nachts von Angela Merkel. Holzhammer für die gute Kanzlerin der Migranten. Die letzte Überlebende der Widerstandszelle Weiße Rose, siehe oben, lässt er gegen die AfD wettern. Selbst NS-Überlebende missbraucht Relotius als Warbeträger für seine politische Botschaft. Journalist Andreas Petzold, ja gut, da ist dann die Reaktion. Das ist nicht so interessant, aber das sind so Beispielfälle. Also der Typ hat wirklich in die Karben gehauen, von denen die Mainstream-Presse am liebsten auch möchte, dass es so ist. Und wenn man einen findet, der einen so belügt, dass er die eigenen Vorurteile kräftig bedient, guckt man meistens auch nicht mehr so genau hin. Hier sind also alle mitschuldig, die da in den Medien sitzen. Alle wie sie sind. Wenn etwas so eindeutig dem eigenen Wunschdenken entspricht, muss man immer aufpassen. Wenn einem jemand was erzählt, was zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist es das manchmal auch. Das ist ein alter Hut. Davon sind wir ja alle nicht gefeit, aber wir verdienen unser Geld auch nicht mit dem Verbreiten von Nachrichten. Ich werde nicht ziemlich dick vom Spiegel oder vom Stand dafür bezahlt, was ich hier von mir gebe. Wenn ich aber gut bezahlt werde und wer im Spiegel arbeitet oder im Stand oder in der Süddeutschen und so weiter, der wird in der Regel gut bezahlt. Dann ist es die verdammte Pflicht und Schuldigkeit bei Sachen, die allzu sehr einem vielleicht komisch erscheinen, könnten zu sagen, kann das so sein? Und das war denen egal. Es war genauso, wie sie den durchschnittlichen Trump-Wähler und den durchschnittlichen AfD-Anhänger sehen wollen. So ist es dann auch. Und hinzu kommt natürlich auch noch etwas Zweites. Tim Pool hat in letzter Zeit darauf hingewiesen, in den amerikanischen Medien entwickelt sich ja das Gleiche. Schlechter Journalismus, reißerischer, extremer Journalismus. Und er sagt, das Grundproblem ist, dass die Presse in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer mehr an Lesern verloren hat. Das ist durch das Internet so. Das heißt, viele Leute kaufen sich heute keinen Spiegel mehr oder nicht nur, weil ihnen der Inhalt nicht passt. Das ist auch schon länger so. Die Entwicklung ist bei Tageszeitungen genauso wie bei Wochenzeitungen und Wochenzeitschriften durchaus in allen Bereichen schon seit Längerem so, dass die Leser und Verkaufszahlen schwinden. Das hängt damit zusammen, dass sich immer mehr Leute heute Informationen übers Internet beschaffen. Nicht primär damit, also heute vielleicht auch. Das kommt dann noch dazu, dass man den Medien nicht mehr vertraut. Aber es fing auch schon vorher an, weil es wie gesagt einfach das Medium wechselte. Und wenn denen, denen geht dann das Geld immer mehr aus. So und dann hat man halt keine gut ausgebildeten, gut bezahlten Top-Journalisten mehr, sondern man hat halt irgendwelche Hilfskräfte, sage ich mal, wäre jetzt ein bisschen krass gesagt. Denn viele von denen haben auch immer noch ausgebildete Journalistenschuhen. Aber da sind schon viele, wo man merkt, da ist es nicht mehr, da hapert es schon mit der journalistischen Fähigkeit. Und man hat auch keine großen Teams mehr in vielen Medienbereichen, wie man das früher hatte. Also wenn man sich erinnert an, weiß ich nicht, jemanden wie Peter Scholler-Thur, wenn man da was über die dritte Welt berichtet hat oder über die muslimischen Regionen berichtet hat. Ja, dann ist der Mann dort wochen und monatelang unterwegs gewesen mit Dolmetschern, mit weiß ich nicht was allem Trecks. Das hat ja gekostet. Heute sitzt halt irgendeiner in der Schreibstube, sucht sich ein paar Videoschnipsel aus dem Internet zusammen und macht daraus eine Reportage für den Spiegel oder die Süddeutsche. Oder nötigenfalls auch ARD und ZDF. Das ist so. Also es wird einfach gespart, weil das Geld ausgeht. Das ist ganz erheblich so. Das ist nicht nur böser Wille, sondern es fehlen ihnen immer mehr die Mittel. Und man gleicht dann die verlierende Wähler, ja nicht die Wähler, sondern die Kundenzahl, die Käuferzahl, versucht man aufzufangen, indem man immer schrillere Töne anschlägt. Das ist kaliert halt. Also es ist ein sich selbst verstärkender Prozess. Und da sind die, die gerne hätten, dass es so ist, weil man möchte, dass der Trump-Wähler so dumpf ist und so rassistisch ist und man möchte, dass der AfD-Wähler so ist. Und dann sind dann die, die das gerne bedienen. Und die lügen so lange andere voll, bis sie es auch selber glauben. Das ist das Frappierende an dieser Art Lügner. Die erzählen so lange Lügengeschichten, bis sie gar keinen Sinn mehr vor die Wahrheit haben. Gar kein Gespür mehr dafür. Die hören sich gar nicht mehr selber zu, im Prinzip. Die haben gar keinen Eindruck dafür mehr, wie sie daherreden. Wie hetzerisch, man muss es wirklich so sagen. Sie verwenden ja uns gegenüber immer die Worte Hass und Hetze. Und ganz ehrlich, wenn ich einen durchschnittlichen Spiegelartikel, Sternartikel, Süddeutsche Artikel, was weiß ich, lese, über Trump-Wähler oder über AfD-Wähler, dann ist das erfüllt von Hass und Hetze. Aber uns gegenüber. Sie warfen uns das vor, wovon sie selbst erfüllt sind. Sie sind erfüllt von Hass, von Hetze, von Ablehnung. Sie sind erfüllt von all der Niedertracht, die sie auf uns projizieren. Sie warfen uns das vor, was in ihren Herzen ist, die eigene Finsternis. Das ist der Kern der Sache. Und dann holt man sich eben Lügenbarone ins Haus. Man möchte es auch glauben. Und das Tragischste, wie gesagt, ist, das Bild bleibt ja da. Dass es in der Masse erzeugt ist. Da wird jetzt eine Zeit lang ein bisschen eine Aufregung gespielt. Und kein Mensch, der bei Verstand ist, erwartet, dass nun die Berichterstattung über Trump oder über AfD-Anhänger dadurch anders wird. Dass sie mal innehalten und sagen, oh, haben wir uns vielleicht da vergaloppiert. Nur so ganz selbstkritisch gefragt. Kein Mensch, der seine fünf Sinne beisammen hat, wird das erwarten, dass das in der Medienszene passiert. Oder dass das gar die Politik eingreift. Ich möchte den Aufschrei sehen, wenn sich auf unserer Seite so ein dreiste Aneinanderreihung von Lügen ereignet hätte. In der Luft würden sie uns zerreißen. Es würde Bundestagsausschüsse geben. Die ganzen linksgrünen Gutmenschen würden Kopf stehen. Sie würden Gesetzesänderungen fordern. Noch strengere Gesetze gegen Hass und Hetze. Was dieser Mann betrieben hat, ist Hass und Hetze. Und Lüge obendrein. Er hat gegen Trump-Wähler gehetzt und Hass verbreitet und er hat gegen AfD-Wähler gehetzt und Hass verbreitet. Wo ist jetzt da die Hass- und Hetze-Gesetz? Wo sind jetzt die da? Wieso wird dem Spiegel nicht der Prozess gemacht als Blatt für Hass und Hetze? Weil die links stehen. Weil sich Hass- und Hetze-Gesetze und Zensurgesetze nie gegen andere Leute richten als gegen uns. Sie richten sich nie gegen Muslime, die Hass und Hetze verbreiten. Sie richten sich nie gegen die Antifa, wenn sie Hass und Hetze verbreiten. Und sie richtet sich nie gegen Leute, die im linksgrünen Lager stehen, wie der Spiegel, wenn sie Hass und Hetze verbreiten. Das ist das Grundproblem. Wir haben es mit Leuten zu tun, für die das Wort Gerechtigkeit ohne Bedeutung ist. Und deswegen gibt es auch keine Aufarbeitung. Es gibt ein paar Krokodilstränen, die verdrückt werden. Und in einer Woche sind wir durch die Feiertage durch und die Presse macht weiter wie bisher. Und für einen Lügner, der aufgedeckt wird jede Wette. Ich kann nicht sagen wie viel, aber mit Sicherheit ist er nicht der einzige.